Wir nutzen die Daysville bei der Firma Koopmann seit dem Jahr 2015, bei der Firma Restemeier seit dem Jahr 2016. Grundsätzlich lackieren wir bei der Firma Restemeier ungefähr 60 Aufträge die Woche, das heißt 12 Aufträge am Tag. Das entsprechen ca. 7 bis 9 Kabinen pro Tag. Natürlich benutzen primär die Daysville die Lackierer in der Praxis, aber aufgrund der einfachen Handhabung ist es jedem Mitarbeiter der Lackiererei möglich, die Daysville zu nutzen, egal ob es der Auszubildende im ersten Lehrjahr ist oder der Lackierer, weil es eben einfacher von der Handhabung ist, sobald ich einen Farbcode habe. Grundsätzlich hat sich zuerst einmal das geändert, dass mein Lackierer deutlich mehr Zeit hat, die Autos auch zu lackieren. Früher war es so, dass er für die einzelnen Farben per Hand eben etwas Zeit benötigte. Heute braucht er maximal noch 1 bis 1,5 Minuten, um die Farben zu mischen, denn er gibt lediglich die Farbformel in den Computer ein und ab dann übernimmt die Daisy automatisch das Mischen. Durch den neuen Prozess ist der Nachfüllprozess relativ einfach. Jeder Mitarbeiter kann nachfüllen, es gibt klare Regeln, an die man sich halten muss. Hält man sich an diese Regel, ist eine Flasche innerhalb von 1 bis 1,5 Minuten nachgefüllt. Somit ist es einfach ein deutlich zeitsparender Prozess geworden. Ich würde die Daisy Wheel definitiv weiterempfehlen. Der Lackierer ist so deutlich flexibler, ich habe eine einfachere Handhabung. Zusätzlich habe ich noch eine Farbtonengenauigkeit. Die Daisy Wheel mischt auf zwei Nachkommastellen nach dem Gramm, was der normale Lackierer per Hand nicht schafft. Das ist eine weitere super Eigenschaft der Daisy. Nein, auf keinen Fall würde ich die Daisy Wheel wieder eintauschen, denn durch die Daisy Wheel ist es uns möglich, einfach deutlich effizienter zu arbeiten.